Gut, gehen wir. Kugeln so laut und hell wie Feuerwerk. Könnten wir bitte einen Moment allein sein? Sein Name ist Christopher Gist. Er steckt bis zum Hals in der Patsche. Ich fürchte, die Misskarle hängen ihn wie ein Hund. Es sind schon zu viele Unschuldige gestorben. Gut. Die Schurken sitzen im alten Fort Arsenal. Ich muss dringend nach Albany. Bitte sagt Gist, er soll dorthin kommen. Okay. Ich glaube, wir arbeiten jetzt gerade für die Templer. Drei Fässer mit Knallkörpern hochgehen lassen. Ja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, mein. so hoch mit dir weiter geht's ich bin nicht weit weg Ich habe gott eine gute Linie auf ihm. Ich bin bereit, um Feuer zu öffnen. Ich bin nicht so fliegt, ich sehe ihn. Ich habe einen klaren Schock. Ich sehe ihn. Oh. Ne. Oh, verdammt. Ich hätte das irgendwie anders lösen müssen. Hm. Es war jetzt ziemlich scheiße. Habt ihr gehört, meine Gute? Im alten Fuhr wird ein Mann gehängt. Aber das kriegen wir nochmal besser hin. Was haben wir jetzt hier? Schnallkörperfeil. Okay. Das ist ja Karpfeile. Ja. Das weiß ich. Das weiß ich. Äh. Nee? So, auch mit dir. Du kommst weg. Bring doch einfach da hoch. Einmal kurz synchronisieren lassen. Diese Halunken gehören zu derselben Bande, welche die Finnegan's belästigten. Hey, you! Komm, geh! Christoph, vergiss. Ich bin Shay Cormac. Angenehm. Aber... Der Colonel schickt mich. Ich hab dir gesagt, wir finden ihn wieder. Keep running. Respekt, Shay. Ihr habt sie aus ihrem eigenen Bau verjagt. Ich suchte noch nach einer neuen Unterkunft. Wartet aber besser noch mit dem Türschild. Vielleicht sind ja noch ein paar auf ihrem Schiff. Seht, ihr Vogel nistet gleich dort drüben. Die Morrigan. Was sucht die hier? Das ist mein Schifffreund. Bitte um Entschuldigung. Aber ich muss sie mir von diesen Sträuchen zurückholen. Wartet! Das könnt ihr doch unmöglich alleine tun. Helft mir, wenn ihr könnt. So schlechter amerikanischer Akzent das doch ist. Schritt Augen und Ohren, Shay. Hier sind überall Banditen. Und die meisten sehen aus wie unbescholtene Bürger. Sie haben auch schon die Leute heimgesucht, die mich gesund pflegten. Sicher brave Leute. Durchaus. Vielleicht kennt ihr sie. Barry und Cassidy Finnegan. Hab sie nie gesehen, aber kannte ihren Sohn. Vorsicht jetzt. Die Halunken können überall sein. Mit Geräuschen könnt ihr sie rauslocken. Oh, ich habe Besseres als das. Nun, ihr scheint mir mehr als in der Lage zu sein. Ich sag euch, es fehlt uns an Leuten. Schleicherlauern versuchen an den Angriff. An den, in dem man den Angriff. Ich suche eine neue Mannschaft für euer Schiff, falls ihr überstürzt, abreißen wollt. Wieso sind das nur Frauen? An den, in dem man den Angriff. Ich würde gerne das Ding haben. Wow! Was ist denn mit den allen los? Wenn sie weg. Ich hätte das in diesem Heuwagen noch jemand drin ist. Oh. Oh. Unter mir. Oh. 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 Hoch mit mir Nee, das wollte ich eigentlich nicht Ich wollte oben Ich wollte schon nach oben Aber irgendwie Komm Wo ist denn die Flagge? Da drüben ist die Flagge Nein Schön ruhig bleiben So, jetzt kicke ich das Zack hoch Hier hoch Hier hoch Hier, okay Ein feines Schiff Willkommen an Bord Okay Das gefällt mir irgendwie so gar nicht Wirklich Hm Als euer erster Mat Dürfte ich das nächste Ziel vorschlagen Der Colonel erwartet, dass ich Bericht erstatte Brillante Idee Colonel Monroe sagt, er sei in Albany Oh, fast geschafft Prächtig Ja, aber erstmal Wie kann ich zu Diensten sein? Bauen wir etwas Bauen wir etwas Äh Haben wir nichts, was wir brauchen könnten Äh, großartig brauchen könnten Mörser Kann ich nicht Stärke des Brennenden Öls Verbesserte Rahmspuren Nein 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 Gut Gut Das bedeutet, wir müssen Pracht kaufen Und zwar Medaille Oh Hey, ich wollte doch Ich wollte doch Kaufen Ach, man kann das gar nicht kaufen Scheiße Äh, ja Das sieht geil aus Das sieht noch geiler aus Eise-Segel Schwarz-Galleons-Fu Ein Zykubus-Dashet Das nehme ich mal Oh Ah, ernsthaft Queen Ains' Revenge Evelyn Evelyn ist hier Ähm Ähm, 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 ähm Aus Unity Nein, aus Liberation ist Evelyn Die Frau Ne, Wolf Ne Schwarzes Schottensteuerruder Ne, ne, ne Ne Steuerruder der Morgan Wolfssteuerruder Ich nehme das noch Gut Dann würde ich sagen War es das Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain Schade Ja 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 Vielen Dank.